Yo Leute, wenn ihr keine Videos und keine Streams mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke, um somit immer auf dem Laufenden zu bleiben. What the fuck? Ich hab ein YouTuber-Rang! Was jetzt? Ich schwöre, ich hab ein YouTuber-Rang! Ich schwöre auf Revi, Digga! Ich schwöre auf Revi, Digga! Komm auf Revi, Junge! Mein erstes Mal, Digga! Vollene Karten sind vorhanden. Platz? Oh leul, ich hab Platz-Platz gespielt! Ehhh? Platz an- Und mit dabei ist mein bester Zockerkollege, mit dem ich immer 4x2 und so weiter schwitzt. Hallo. Jetzt werden sich wahrscheinlich manche fragen, ey, Digga, ich hätte gedacht, Martin ist ein besserer Zockerkollege. Aber, keine Ahnung, Martin ist eher so Real-Life-Homie, Alter, mit dem, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich mit Martin mehr Spielstunden als mit ihm, aber Martin ist halt so, keine Ahnung, den kenne ich schon mega lange und so weiter. Also das kann man nicht mit Zockerkollege mehr vergleichen. Und, ja, wie jetzt, ich kann mir kein Essen kaufen. Jetzt werden sich wahrscheinlich die anderen fragen, ey, Digga, warum du hast im Prä-Intro, hast du noch YouTuber-Rang auf Revi, freust dich mega hart und spielst auf Kyudo. Das erste Mal finde ich das Update bei Kyudo mega geil, muss ich einfach sagen. Aber, ja, ich will auch nicht, keine Ahnung, so ein großes Drama draus machen. Ich meine, mir gefällt einfach, ja, sagen wir so, das neue Revi nicht, dieses Anti-Reduce-Plugin. Und, ich finde, meiner Meinung nach hat nichts mit Skill und so weiter zu tun. Es ist einfach mega random geworden, mehr will ich dazu auch nicht sagen. Ich meine, keine Ahnung, es ist so unnötig, den Server absichtlich schlecht zu reden. Ich finde es einfach trotzdem mega nice, dass ich den Rang bekommen habe. Aber, ja, vielleicht ein, ja, drei oder ein bis drei Monate früher wäre viel geiler gewesen. Wie zur Hölle konnte der gerade überleben? Leute, ohne Mist, ich habe mich schon geturnt, weil ich mir zu 100% sicher war, dass er tot ist. Er überlebt einfach. Er denkt sich, Digga, da gönnt er sich einfach. Keine Ahnung, Alter. Ja. Nicht frei. Oh, mein Gott, deine Leitung wieder. Oh, Alter, ist ihn gefickt. Oh, der Double Held in seinen Asshole, Alter. Ja, Suicide, oder? Ja. Und er, keine Ahnung, war ein bisschen brainy. So, er, Digga, er kribiert einfach. Hast du das gesehen? Ja. Wie hat er das geschafft, Alter? Richtig gehofft, Alter. Hä? Digga, ich schwöre, der hat Anti. Digga, ich schwöre, der hat Anti. Der, 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 der Hacks. Ich schwöre, Digga, was ist los mit dir? Perfekt. Der Anti. Der Hude-Zone. Hä, was ist, wie es geht mit dem? Ja, ich geh da mit dem Schwer drauf, auf den Huse. Junge, der hackt halt so krass rein, ne? Oh, mein Gott. Das halt sich. Ich schieße das auch runter, Alter. Weißt du, dieses Ganzkörperkondom auf, auf Dings, finde ich mega sexy, Alter. Was meinst du? Ja, ja, das noch. Ja, ich hör das, Digga. Das ist ein blauer Kondom, Alter. Ja, ist so. Mit, äh, Dings Geschmack. Blau wäre ich schwöre. Lass mich mal ein Lünchen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, moin. Wer kennt's nicht, Alter? So, ja, moin. Wo ist der Hacker? Ja, moin, ist wieder voll die Kuh, Alter. Ja, Junge, er cheatet so oft wie er... Ich hab gestrackt, Mann. Ich hab ihn, ich hab Schert, ich hab Schert, ich hab Schert, ich hab ihn. Kurva! Oh mein Gott, Blockstab. Ganzkörper und Kondom hat geregelt. Ey! Mach keine F... Jo, er macht so F... Er ist schon. Nein. Digga, jetzt warte jetzt hier einfach, bis ich wieder voll bin. Clickbait incoming, Hacker Kondom. Ist so. Ja, ja, er schreibt sogar... Er heißt sogar Hacker... Hacker Mk. Kondom. Mnvk. Da, in your face. Aber irgendwie kriegt er jetzt noch... Wird hab er ausgemacht oder was? Ich bin nicht gebannt, Alter. Ist halt echt so, Junge. Psych. Ja, moin, Leute. Wenn euch die Runde auf jeden Fall gefallen hat, dann... Keine Ahnung, Alter. Was ihr dann machen sollt. Lief ein Like da. Ne, müsst ihr nicht. Keine Sache, Spaß. Okay, Leute. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und saus.